Jetzt haben wir das auch mit Ton. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moto-Lifestyle. Kommentare kommentieren. Ist natürlich wieder alles zu kurz gekommen. Ich weiß, ich weiß, aber starten wir jetzt einfach mal. Greenscreen. Wieso Greenscreen? Damit wir quasi hier im Hintergrund, oder hier im Hintergrund, ja, ich muss jetzt mal hier so abschenken, hier im Hintergrund den Kram laufen lassen können. So vielleicht, oder? So. Also, ihr seht, braucht immer einen Augenblick Zeit. Ich fummel mal schnell und dann starten wir in diesem neuen Beitrag. Bleibt dran. So, liebe Leute, ich glaube, jetzt habe ich es richtig wieder alles ausgetüttelt. Also, ganz wichtig ist, dass dieser Greenscreen hinter mir, ich klippe nochmal schnell um, dass der quasi auch einheitlich grün ist. Sonst gibt es durcheinander einfach. Gut. So, es kann sein, dass hier Geräusche kommen zwischendrin. Der Computer ist hier eingeschaltet. Ich schaue immer mal kurz darüber. Lese ab, eure Kommentare ab. Bevor wir aber starten, sage ich erstmal vielen, vielen Dank. 82.500 Abos. Ihr seid einfach mega. Dann bedanke ich mich noch recht herzlich für die gute Stimmung hier auf dem Channel. Das ist nicht selbstverständlich. Das macht mir natürlich auch Freude, wenn ich eure positiven Kommentare lese. Das ist mein Antrieb, hier alles zu geben. Wie gesagt, jedem kannst du es nicht recht machen. Ich bedanke mich natürlich auch bei denen, die ein Dislike geben und freue mich natürlich auch über konstruktive Kritik. Manche Kommentare finde ich überflüssig. Gehe ich jetzt auch nicht weiter darauf ein. So, also. Jetzt schnipsen wir das mal hier an. Ne, ich glaube, das läuft schon die ganze Zeit, ne? An, aus, an, aus. Ja gut, läuft. Also, ähm, ich muss jetzt immer hier so rüber gucken. Lese kurz ab und dann bin ich direkt wieder bei euch. Max Schulz sagt, magst du Beta oder KTM lieber? PS, geiles Video. Erstmal danke für das Lob hier auch, ähm, lieber Max. Es ist so, dass ich, ähm, jetzt keinen Favoriten habe, wo ich sage, nur die Marke. Ich bin aufgeschlossen allen Marken gegenüber. Wo ich jetzt noch keinen Draht zu habe, ist jetzt Harley Davidson. Kommen wir aber wieder zurück zum Thema. Beta finde ich cool. Ist eine coole, ist eine coole Marke. Beta ist seit vielen Jahren und in, in, in Familienbesitz. Und die machen das halt, ihren Job machen sie sehr gut. Und es ist nicht vergleichbar mit KTM oder Husqvarna. Also, KTM Husqvarna ist brutal gewachsen. Ich kenne das auch noch von den Anfängen. Ähm, mögen mag ich beide Brands. Und, ähm, ich finde es so ein bisschen sympathisch, weil so kleinere Brands es manchmal schwer haben, stehen im Schatten von den Großen. Und von daher, ähm, finde ich es gut, wenn ich darüber berichte. Ich habe eben, ähm, noch die Beta im Gebrauch und, und, äh, feiere das Motorrad auch. Ich finde es gut, taugt mir. Ähm, wie gesagt, obwohl jetzt, ähm, KTM Husqvarna Benchmark ist. Aber, ich bin ganz normaler Fahrer, wie, ähm, viele von euch auch. Und von daher, ähm, kann dir nur bedingt, ähm, in manchen Bereichen das Fahrzeug helfen. In, in diesem Segment ist es eh krass, was da geht. Also, von daher, ähm, finde ich beide Marken sympathisch. So, der nächste. Oh, Flebo, kannst du mir bitte erklären, warum man eigentlich breitere Felgen fahren sollte? Hatte auf meiner 530 EXC ebenfalls eine 5 Zoll Felge hinten verbaut. Aber wieso genau, konnte ich mir nicht genau erklären. Und da gibt es dann dazu nochmal einen Kommentar, blende ich jetzt auch dann ein. Ja, 5 Zoll Felge beim Supermoto. Supermoto ist ja, der Anfang vom Supermoto, wir gehen ein paar Jahre zurück, der Anfang vom Supermoto sah so aus. 21 Zoll Vorderrad, ja, wir haben ja ein, ähm, Geländesportmotorrad, 18 oder 19 Zoll Hinterrad. So ist das alles losgegangen. Und dann kam 17 Zoll rein, ja, also vorne, ähm, Vorderrad 17 Zoll, Hinterrad 17 Zoll. So, die ersten Felgen, man fängt ja immer mal so klein an, waren tatsächlich 4,25 Zoll Felgen, also relativ schmal. Und man hat sich immer mehr Richtung 5 Zoll orientiert. Und irgendwann mit der Zeit hat man dann auch rausgefunden, dass, ähm, der 160, 60, 60, 60, 17, perfekt auf der 5 Zoll Felgen eine Abstützung findet. Beim Rennen sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Die Slicks sind etwas anders nochmal dimensioniert. Und da werden die Hinterräder bis 5,5 Zoll gefahren. So, wieso ist das so? A, hat man sich da so hingearbeitet. B, hat man irgendwann gemerkt, was gut funktioniert. Und C, ist man dann zu dem Entschluss gekommen, den besten Grip bietet einfach eine breite Felge auf diesem Reifenformat. Da geht es um die Abstützung. Also der Reifen geht quasi mit seiner Flanke nach außen weg. Und bei einer schmalen Felge zieht er sich wieder zusammen und dann, ähm, zieht sich der Reifen so rund. Und wie gesagt, die beste Abstützung hat er eben, also der 160, 60, 17, hat die beste Abstützung auf der Flanke eben mit dieser 5 Zoll Felge. Oder 5,5 Zoll Felge. So ist die Erklärung dazu. Perfekt. Jetzt kommen wir mal zu einem Kommentar, auch zum letzten Ducati Video. Rafik, vor einem Tag. Also, wenn ihr das Video seht, ist es schon ein bisschen älter. Super Empfehlung, Jens. Panigale V4 für Fahranfänger. Gut. Wollte ich auf jeden Fall noch was zu sagen. Ihr wollt ja immer wissen, wie fährt so ein Fahrzeug? Wenn ich sage, ein Fahranfänger könnte das theoretisch handeln, dann meine ich damit vom Gefühl her. Ja. Also, in dem Street-Modus. Okay, nochmal. Nicht, dass wir uns missverstehen. Street-Modus ist drin, die Helferlein sind aktiv. Es gibt viele alte Motorräder, die wesentlich biestiger fahren als die Panigale. Wie gesagt, da war jetzt keine Kaufempfehlung für Einsteiger. Also, bitte, ganz ehrlich, die, die mich jetzt was besser kennen, wissen das auch. Aber ich wollte trotzdem darauf eingehen. Nicht, dass es immer mal zu Missverständnissen kommt. Und ich möchte hier keinen in Gefahr bringen. Aber andersrum möchte ich auch erklären, dass auch ein vermeintlich krasses Motorrad relativ normal fährt. Drehst du natürlich unkontrolliert an der Brause und die Drehzahl geht irgendwann mal über 10.000 Umdrehungen. Was man haben möchte, wenn man versierter ist, dann wird das natürlich nichts für Fahranfänger. Ich meinte es wirklich, kann man es auf der Straße fahren. Ja. Im Street-Modus. So, kurze Erklärung dazu. Auch eine sehr interessante Frage. Das war jetzt zum Yamaha R1, R1M Video. Kawa Z900 Performance schreibt, welches Bike würdest du bevorzugen, wenn du die Wahl hättest? BMW R1000 Doppel R oder die Yamaha R1M? Habe ich jetzt drunter kommentiert. Ich müsste natürlich erstmal das Update von der BMW S1000 Doppel R fahren. Das wäre mehr als fair. Wenn wir Modelljahr 2020 nehmen, dann muss ich auch von BMW die 2020 fahren. Das gleiche gilt für die anderen Supersportler auch. Aber ich möchte jetzt hier nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ich finde, dass die Yamaha R1, die neue und die Yamaha R1M vom Motor her mega geil sind. Also das ist ein riesen Pluspunkt aus meiner Sicht jetzt, ja, für die Yamaha. Bei der Yamaha wäre es aber so, dass ich vielleicht Details ändern würde, damit es wieder besser zu mir passt. So, kommen wir zur BMW S1000 Doppel R. Die S1000 Doppel R hat mich richtig weggeflasht. Also so richtig weggeknallt. Das Ding ist so perfekt für mich zugeschnitten. Also ein absoluter Traum würde ich direkt nehmen, das Ding. Aber die Yamaha gefällt mir vom Motor besser. Also es ist ganz schwierig, da eine Aussage zu treffen. Lasst mich einfach mal alle Supersportmotorräder ausprobieren, die jetzt kommen. Also 2020er Modelle, da kommt jetzt überall was. Und dann gehen wir da nochmal in Ruhe drauf ein. Aber ich glaube, allein so dieser Motor und der Sound von der Yamaha würden mich dazu bewegen, so ein Fahrzeug zu kaufen, glaube ich. Also wir gucken mal. So, der Nächste. Ich klicke jetzt hier wieder. Ein paar Preise wären nicht schlecht gewesen. Wie immer, Hammer Video. Danke dafür erstmal, für deinen Kommentar. Ja, ein paar Preise bei Schwabenleder. Das ist richtig. Ich habe auch versucht, bei Jule und ihrem Bruder da so ein bisschen was rauszukitzeln. Es ist immer schwierig, Preise zu nennen, weil es Handwerk ist in Deutschland. Also Preisgestaltung generell oder die Preise sind generell ein bisschen höher. Weil Made in Germany, das ist auch alles in Ordnung. Übrigens auch Jobresonanz. Also viele von euch, die bereits auch ein Schwabenlederkombi fahren, haben drunter geschrieben. Mega und sind alle happy. Losgehen tut es ab 1800 Euro für einen Zweiteiler. Und dann je nach Farbe, je nach Aufwand kommt ein Patch drauf. Was kommt auf den Rücken? Also wie viel wollt ihr selber gestalten? Und da alles möglich ist bei Schwabenleder, war es schwierig, da einen Preis zu nennen. Von Bernd Spiegel, der schrieb, finde ich super, dieser Bericht über Lederkombis. Ein bisschen mehr Infos, wäre nicht schlecht. Gerade Unterschied, zweiteilig versus einteilig und so weiter. Sonst wäre immer top. Also vielen Dank erstmal für deinen Kommentar. Wir haben es ja so ein bisschen angesprochen und ich versuche, da kommen wir wieder auf diese Videolänge. Ich kann, es ist technisch machbar, dass ich immer eine Stunde Videocontent raushaue. Aber ich will es trotz allem noch so ein bisschen Entertainment mäßig haben. Ich will schon die Grundinformationen drin haben. Wir haben auch in diesem Video über die Reißverschlüsse gesprochen. Also zweiteilig ist im Prinzip super gut. Aber ein zweiteiliges Lederkombi sollte einen sehr, sehr stabilen Reißverschluss haben, der an einem festen Lederstück angebracht ist. Also nicht an so einem beweglichen Teil. Und die Abdeckung von diesem festen Reißverschluss, der wohl aus Metall ist, sollte auch großflächig abgedeckt sein, weil das die Schwachstelle ist beim Zweiteiler zum Einteiler. Ja, soweit nochmal meine Erklärung. War im Video vielleicht zu knapp oder so. Ja, gut. Dann machen wir einfach weiter. Jetzt schreibt Jens Preuß, ich würde gerne mal beim Test mitmachen und sehen, ob es was Besseres gibt als meine RSV4. Ja, wieso nicht, ne? Also wieso nicht? Das Problem ist, das ist eigentlich kein Problem, getestet oder ausprobiert, gefahren wird immer in ähnlichen Zyklen. Das, was ich jetzt hier mache, ist im Prinzip ja kein Test. Alles, was ihr so seht bei YouTube, sind keine richtigen Tests. Nur die Motorradzeitungen, die großen Zeitungen testen wirklich. Sie testen, messen, was verspricht der Hersteller, was kann das Fahrzeug letztendlich. Das wird getestet. Alles andere ist im Prinzip, ich probiere es mal aus für euch. Also von daher ist es, muss man da immer so ein bisschen aufpassen, wie man es formuliert, wie man es verpackt. Zum Schluss sagt jeder mal Test, aber ist es eigentlich gar nicht. Ja, jetzt lieber Jens, lieber Namensvetter, es ist so, dass du wirklich irgendwann mal ein Gefühl bekommst, was kann das Motorrad besser als das andere. Wie beschreibe ich es am besten? Was kann das eine besser als das andere? Wie verhält es sich in der und der Situation? Das ist super interessant zum einen und man muss immer so ein Motorrad als Ganzes sehen. Ich bin totaler Fan von der RSV4. Absolut, ich liebe dieses Motorrad. Aber das Händlernetz ist relativ klein und es braucht bei diesem Motorrad ganz besonders einen Händler, der das händeln kann, der das betreuen kann. Also wenn ich das jetzt nicht wieder falsch verstehe, es braucht etwas mehr Zuneigung. Performen tut das Teil absolut mega. Aber wie gesagt, ja, es ist natürlich ein absolutes Privileg. Ich bin auch super dankbar, dass ich das machen kann, dass ich eben immer wieder verschiedene Bikes fahren kann und sie dann miteinander vergleichen kann. Und euch möchte ich ja immer gerne beschreiben, was fühle ich aktuell. Ja, wie kann man das werden? Also einmal ist es vielleicht hilfreich, wenn man eine Ausbildung gemacht hat in dem Bereich oder ein Studium hat irgendwie Fahrzeugtechnik, wobei dann geht man gerne in die Industrie. Volontariat wäre empfehlenswert bei einer Motorradzeitung und dann geht es los. Natürlich das Wichtigste ist, die Motorradbegeisterung mitzubringen. Und ich weiß von der schreibenden Zunft, dass da so ein bisschen auch der Nachwuchs fehlt. So, das war jetzt kurz und schmerzlos. Diese Grip-Drehs, das ist wirklich ja nur zur Bespaßung. Alle, die da versuchen, einen ernsten Hintergrund zu erfassen. Sorry, Leute. Es ist Entertainment. Und hier habe ich ein paar Kommentare, die das eigentlich auch spiegeln, wie ich es mir gedacht habe. Es gibt viel Emotion. Wir fahren lustig im Kreis rum. Es geht um eine goldene Ananas. Ja, also wir machen einfach nur Spaß und Blödsinn. Das, was vielleicht jeder machen würde, wenn es heißt, komm, kannst du mal eine Runde fahren. Ne, also, OneMoreRap99, tolle Reportage. So macht YouTube schauen richtig Spaß. Ich, nein, die Leute wollen mehr davon. Bitte. Geil. Fertig. Kurz und schmerzlos. Nicht alles hinterfragen. Nicht alles so ernst sehen. Gute Stimmung. Machen wir einfach eine Party draus und fertig. So. Zu den E-Bikes. Es ist, wie gesagt, gerade alles so bunt gemischt. Jo, Gü, tolle Teile. Euch noch einen schönen Urlaub. Und in ein paar Wochen werde ich auch mein Amstel in Renesse genießen. Dankeschön dafür. Wie gesagt, es gibt auch noch ein Leben zwischen den Motorrädern. Und ich bin froh, dass die Alex das Ganze alles so mitmacht. Und beim E-Biken haben wir halt beide, da haben wir gerade beide Bock drauf. Und da finde ich es schön, dass man einfach auch mal in einem anderen Segment unterwegs ist. Und wir haben es halt kombiniert. War cool. War ein ganz, ganz kurzer Urlaub. Und ich glaube, auch da eine tolle Resonanz. Die Dinger machen Spaß. Das taugt. Und ja, was soll ich ja groß erklären? Also, es ist nichts gespielt. Das ist so unser Ausgleich vielleicht von der vielen Arbeit. Und das tut einfach gut, wenn man sowas machen kann. Und es ist wohl auch so, dass Alex dann auch nicht immer Bock auf Motorradfahren hat. Was ich auch nicht schlimm finde. Ich finde das gut, so wie Alex reagiert. Und wie gesagt, das mit den E-Bikes können wir gut zusammen machen. So ist das. Was geil ist, wenn du den Greenscreen aufstellst, dann brauchst du gar nicht mehr uns aufräumen. Dann kannst du das nämlich alles so stehen lassen, wie es ist. So. Das war es auch schon wieder für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann schenkt natürlich gerne ein Däumchen. Also, dann schenkt mir gerne ein Däumchen. Und dann sehen wir uns in drei, vier Tagen wieder. Glöckchen aktivieren. Da geht es zum nächsten Video. Channel aktivieren. Channel. Channel abonnieren. Und jo. Rock'n'Roll. Passt auf euch auf. Fahrt vorsichtig. Bis dann. Tschüss. 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 Ok.